Ardressen kann mit verschiedenen Pigmente getönt werden, wie zum Beispiel Acrylfarben, Tinten und pulverformige Farben. Allerdings gibt es Vor- und Nachteile. Man kann Acrylfarben verwenden, aber es verliert den Glanz und wird matte. Ölfarben sind keine gute Idee, probiert es nicht. Alkoholfarben werden wunderschön, allerdings sind sie ein Lösungsmittel und können giftig werden. Sie sind auch sehr flammbar und sind mit der Ardressen nicht empfohlen. Resentint sind Farben von uns, die speziell für Ardressen gemacht worden sind, um die Probleme von anderen Farben zu vermeiden. Resentint sind nicht brennbar und auch nicht toxisch und mischen perfekt mit Ardressen. Resentint gibt es in 24 verschiedenen Farben. Während des Mischens einfach die Farbe hineintropfen, für hellere Farben weniger und für intensivere mehr und mit ein bisschen Weiß wird es undurchsichtig. Egal welche Farbe ihr benutzt, seid vorsichtig, dass nicht mehr als 6% der Menge Farbe ist, da es kann die notwendige chemische Reaktion verhindern. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020